Die Freundin wächt die Klamotten. Ist dies ein aktiver oder passiver Satz? Und wie bildet man diese Sätze überhaupt? Das und vieles mehr erfährst du jetzt in diesem Video. Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und wenn du dich nur für einzelne Abschnitte interessierst, siehst du hier, weil wir diese behandeln werden. Doch zunächst einmal, was ist das Aktiv und das Passiv überhaupt? Und worin liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass im Aktivsatz das Subjekt die Handlung im Satz ausführt bzw. dass in einem Aktivsatz die Handlung von einem Subjekt ausgeführt wird. Ein Beispiel dafür ist, Thomas fährt Fahrrad. Hingegen geschieht etwas mit dem Subjekt bei einem Passivsatz. So würde der vorhin genannte Satz folgendermaßen lauten. Das Fahrrad wird von Thomas gefahren. Wichtig ist hierbei, dass die handelnde Person auch weggelassen werden kann, was bei einem Aktivsatz nicht möglich ist. Dann würde der Satz, das Fahrrad wird gefahren, lauten. Wo wir nun den Unterschied kennen, sehen wir uns noch einmal genauer an, wie ein Passivsatz aus einem Aktivsatz gebildet wird. Gut, zunächst einmal musst du Objekt und Subjekt tauschen. Dabei darfst du nicht vergessen, die Deklination anzupassen. Und dann musst du an die Stelle des Verbes die passende Zeitform von werden plus von schreiben und ans Ende des Satzes ge plus den Infinitiv vom Verb schreiben. Verdeutlichen wir uns dies nun an einem Beispiel. Der Aktivsatz lautet, die Freundin wäscht unsere Klamotten. Nun tauschst du zunächst die Freundin mit unseren Klamotten. So lautet der Satz, unsere Klamotten wäscht die Freundin. Da dies noch nicht perfekt klingt, musst du nun also statt wächt werden schreiben, da Klamotten im Plural steht, plus von schreiben. Und ans Ende des Satzes ge plus den Infinitiv von wächt, also gewaschen schreiben. Somit lautet der finale Satz, unsere Klamotten werden von der Freundin gewaschen. Und übrigens, die Freundin wurde zu der Freundin, weil sie im Passivsatz zum Objekt wurde und im Dativ steht. Doch wie erkenne ich den Unterschied, wenn mir ein Satz vorliegt und ich bestimmen muss, ob dies ein aktiver oder passiver Satz ist? Hierfür gibt es drei Schritte. Erstens musst du das Subjekt des Satzes bestimmen. Dieses steht meist am Anfang. Dann musst du zweitens nach dem Prädikat bzw. dem Verb suchen. Steht eine Form von werden im Satz, so kannst du meist davon ausgehen, dass es ein Passivsatz ist. Und drittens, stell dir die Handlung vor und entscheide, ob das Subjekt des Satzes die Handlung ausführt oder ob das Subjekt die Person oder Sache ist, mit der die Handlung ausgeführt wird. So ist in unserem Beispiel von vorhin die Freundin die Person, die die Handlung ausführt und die Klamotten der Gegenstand, mit dem die Handlung ausgeführt wird. Steht also die Freundin am Anfang des Satzes, handelt es sich um einen Aktivsatz. Und wenn unsere Klamotten am Anfang des Satzes steht, ist es ein Passivsatz. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.